Musik Das weitläufige und waldreiche FKK-Gelände der TSG Südost 96 liegt am Zesener See südöstlich von Berlin. Musik Bei Sport, Spiel und Spaß finden dort seit nunmehr 80 Jahren Alt und Jung Erholung in der Natur. Musik Bekleidet oder splitternackt, bei uns hat jeder die freie Wahl. Am Badestrand allerdings ist ohne Pflicht. Übernachtet wird auf dem ca. 25 Hektar großen Pachtgelände in kleinen Holzhäusern, in Zelten oder Wohnwagen. Musik Besonders stolz sind wir auf ein modernes und behindertengerechtes Sanitärgebäude mit Toiletten, Duschen und einer eigenen Bio-Kläranlage. Musik Bei uns kann jeder mitspielen. Aus Lust und Laune oder bei Wettkämpfen. Auch Gastmannschaften sind gern gesehen. Musik Auf dem Faustballplatz sind schon Landesmeister groß geworden. Musik Prellball wird nicht nur von älteren Sportfreunden gespielt. Und wem das alles noch nicht reicht, spielt Tischtennis oder Federball. Musik Was wäre unsere Gemeinschaft ohne Kinder? Sport, Spiel und Spaß haben ihren festen Platz im Vereinsleben. Musik Beim jährlichen Indianerfest gewinnen natürlich immer die Guten. Musik Noch heute erinnern sich unsere älteren Sportfreunde gern an die Lampion-Fahrten ihrer Kindheit. Auch wir großen Kinder fühlen uns pudelwohl. Wir pflegen die Geselligkeit. Ob beim gemeinschaftlichen Grillen oder beim Tanzen. In jedem Jahr krönen wir den Skatkönig. Auch sonst vergeht kein Abend ohne Kartenspiel. Was wäre ein Sommer am See ohne Neptunfest? Was wäre ein Neptunfest ohne zünftige Taufe? Die stimmungsvolle Sonnenwendfeier steht ganz in der Tradition der Naturfreunde. Musik Musik Musik